Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man ein Twitch-Abo mit Amazon Prime verschenken kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert am Handy, in der Desktop-Version und auf dem PC relativ ähnlich, weswegen ich es zur besseren Veranschaulichen mal am PC zeige. Und da müssen wir zuerst mal in einem beliebigen Browser www.twitch.tv öffnen, dann anschließend natürlich auch bei dem Konto einloggen, was schon mit deinem Amazon Prime-Account verknüpft ist. Hier habe ich übrigens auch schon mal ein extra Video gemacht. Und als nächstes müssen wir erst einmal rechts oben auf dieses kleine Profilbild draufgehen und auf Abonnements. Denn hier können wir jetzt normalerweise auch sehen, dass wir ein kostenloses Kanalabonnement mit Prime vergeben können. Wenn es bei dir so ausschaut, dann musst du mal zu deinem Lieblings-Streamer gehen. Da können wir auch schon den Button Abonnieren rechts unten drunter erkennen. Da klicke ich auch mal noch drauf. Und jetzt haben wir ja wie so üblich die Möglichkeit, dass wir das Ganze kostenpflichtig abonnieren. Aber wie du sehen kannst, ist hier unten jetzt auch noch so ein kleines Textfeld, wo ich einen Haken reinsetzen kann bei Prime Abonnutzen. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Wir sehen, das Ganze ist kostenlos, also einen Monat lang, weswegen ich hier unten mit Prime Abonnieren bestätige. Bei mir hat das normalerweise funktioniert, weswegen ich mal rechts oben auf mein Profilbild draufklicke, anschließend auf Abonnements gehe und jetzt können wir auch schon sehen, dass mein Abo noch genau 31 Tage lang läuft. Nach den 31 Tagen wird das Abo übrigens automatisch beendet. Man muss nichts zahlen und danach haben wir wieder die Möglichkeit, dass wir jemanden für einen Monat kostenlos durch Prime abonnieren können. Und somit haben wir auch schon ein Twitch-Abo mit Amazon Prime verschenkt. Wenn du übrigens selbst Streamer bist und deine Qualität deutlich verbessern möchtest, dann einfach mal am besten unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den derzeit besten Streaming-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.